Hey Leute, hier sind wir heute und da bin ich von D-Buddyzzocken und heute gibt es eine neue Map und zwar müssen wir 20 verschiedenen Räumen entkommen. Mal gucken ob wir das schaffen. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Oh ja, ich gehe auch rein. Oh Gott, das wird schwierig. Ich kann die Kiste nicht mehr aufmachen. Ich auch nicht. Okay, vielleicht ist das ja schon der Trick. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Hä? Sollten wir nicht die Kiste aufmachen können? Hä? Ich habe auch Autospring an, what the fuck. Hä, aber man kann halt sonst nichts in dem Raum machen. Jetzt, da ist ein Abel drinnen. Wow, also ultra schwierig dem ersten Raum hier zu entkommen. Ja. So. Sehr gut. Okay. Ein Knopf. Warte, was ist da drin? TNT. Ich will jetzt TNT haben. Okay. Oh lol, wir müssen da einfach, guck mal. Wir müssen uns da durchsprengen. Bamz. Bamz. Loll. Wie geil. Richtig nice. Also die Idee feiere ich mal mega. Hier ist ein Button in der Luft. Loll, der ist einfach in der Luft. Was ist jetzt passiert? Ah, da ist jetzt Wasser weg. Warte, warte, warte. Lass es hin. Ah, okay. Hier kommt Wasser. So, jetzt müssen wir hier irgendwas rein geben. Irgendwas in den Hopper geben. Wir haben halt nichts. Warte. Da, TNT. Und letzten Raum. Rein da. Ja, vielleicht, das ist es. Drücken. Nochmal drücken. Ja, ja, das Wasser wird jetzt auf die Druckplatte. Ah, nicht das Wasser, das TNT auf die Druckplatte. Was macht das? Wir müssen noch einen zweiten Gegenstand haben, vermute ich jetzt mal. Jetzt können wir da durch. Ich hole mir nochmal TNT. Ne, ist nicht da. Hä? Loll, okay, jetzt ist es wieder da. Aha. Okay. Ich hab's. Ja, egal. Klappt doch so. Let's go durch da. Nice. Guck, easy. Okay, in der Kiste haben wir eine Kuh. Die spawnen wir hier mal. Okay. Hm. Warte, wir müssen einfach... Da oben ist auch eine Druckplatte, nicht töten. Da ist eine Druckplatte, oder was? Hier oben, siehst du die? Ja, wir müssen die Kuh töten. Wir brauchen hier Fleisch. Klar. Ich droppe nix. Hä? Warte. So können wir wahrscheinlich irgendwie resetten. Hä? Ich will's resetten. Hä? Ich nehme einfach wieder das TNT ein paar Mal. Stimmt. Ja. Na, so versuchen. Ich glaube, vielleicht war das mit dem TNT gar nicht die richtige Lösung. Ich weiß nicht. Man kann sich TNT holen. Warum nicht? Klar, das ist die richtige Lösung. Guck, da eins drauf. Da eins drauf. Da eins drauf. Und da müsste die Kuh stehen. Die nicht mehr spawnt. Und dann kann man da noch drauf gehen. Und dann geht die Tür auf. Ja, mach ich mal. Ja, die Tür spawnt nicht mehr. Äh, die Kuh. Ja, wir wirf noch eine TNT drauf. Ja, da ist eine Steindruckplatte. Ach so. Und... Nice. Was hast du bitte für Kuh geholt? Ich kann sie spawnen mit meinen Ehren. Oh, lol. Mit deinen geht's nicht. Da, Kuh. Nice. Easy. Wusste ich's doch, Mann. Oh. Bis jetzt. Ah. Ich vermute, wir müssen hier einen Weg legen. Lass das mal versuchen. Dann machen wir auf deiner Seite. Warte, das mache ich. Nochmal. Nein, geh mal runter. So. Nice. Perfekt. 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 Dann du. Perfekt, Mann. Easy. Ey, das war's schon, Mann. Oh, was ist hier jetzt? Hm, warte. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal hier was machen. Ist dich was verschoben? Nee. Hä? Müssen wir nochmal TNT holen? Hä? 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 Also, das verstehe ich nicht. Was? Was soll man hier tun? Wie soll man aus dem Raum rauskommen? Tut sich da wirklich nichts, wenn ich da lang glaube? Ah, wir müssen hier in dem Raum das nachbauen. Ah, ja, das kann sein. Genius. Noch eins weiter. In der Mitte noch. Hier. Und das alles. Eins rüber. Und die Tür ist offen. Perfekt. Easy. Oh Gott, warte, da ist schon wieder... Was ist in der Kiste? Glow Zone Breaker. Ja. Okay. Jetzt können wir... Jetzt habe ich los. Und gebrakt. Ja, jetzt gehen wir zurück. Ich wette, da ist irgendwo was dahinter. Da ist die Kiste mit einem Hebel. Hä? Einfach hier das Redstone Signal umkehren. Ah, jetzt müssen wir alle Sachen holen. Da ist noch ein Hebel. Aber, das ist auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ja, Mann. Äh. Wir kommen hier nicht mehr zurück. Ne, das macht keinen Sinn. Wir müssen zurück. Das muss ein Bug sein, dass die Tür zur Tour gegangen ist. Hä, ich pace nicht. Ja, ich meine, wir könnten einfach nachgucken gehen, ob dahinter dann auch wieder Kisten sind. Wenn ja, dann war es ein Bug. Ja, dann machen wir auf. Geh seitlich durch die Wolle durch am besten. Ja, das sind auch noch Hebel. Ja, Digga. Vielleicht brauchen wir das Glow Zone. Wäre nicht so geil, wenn du das alles zerstörst. Ach so. Es muss halt ein Bug gewesen sein. Ach so, weil die Items hier despawn sind, deswegen... Ah ja, wir haben zu lange gebraucht, Mann. Wir sind low. Wir sind echt low. Die spawnen einfach die Items, Mann. Hä? Ich kann den Hebel hier nicht platzieren. Hä? Kann platziert werden auf Quarzblock. Hast du deinen mit Game Mode gesetzt? Ja, habe ich. Oh mein Gott, Mann. Mach ihn weg. Du solltest deinen hier eigentlich auf dem Sand machen. Und Pfosten, Mann. Ja, was ist hier? Hint. Ne, wir brauchen kein Hint. Ne, drück nicht. Wir brauchen... Guck, wir brauchen nur das farbige Glas da machen. Guck. Warte, mach doch einmal hier. Dann hier. Hä? Hä? Die Frage ist, wie bekommen wir das Gelb jetzt runter? Ne, warte, scheiße. Oh Gott. Hä? Ich mach ihn hin. Lol, ja, das habe ich doch probiert. Du musst den richtig schnell switchen, dass der... Ja, Mann, nice. Vielleicht beim Grünen auch noch? Ja, nice. So, jetzt können wir nochmal rotieren. Hoffe ich mal. Noch einmal? Ne, warte, wir haben's. Nice. Ja, wir sind durch. Puh. Das wollte ich vorhin schon probieren, aber... Oh, Alter. Ja, Mann. Okay, ein Stein. Oh, Leuch. Oh. Ah, jetzt mussten wir den Parkour laufen. Warte, du bleibst mal, du bleibst mal. Aber die Tür ist halt noch nicht offen. Vielleicht muss ich auch hoch. Hä? Ja, wenn wir beide oben waren, dann hat sich's geöffnet. Oh, jetzt merkst du. Geh durch. Du hast dich schon gefällt, Digga. Die Tür geht dann zu. Du musst da bleiben. Ja, guck, weil ich aufmachen kann. Das ist aber unfair. Jetzt komm zurück. Du machst das jetzt legit, Mann. So, jetzt komm legit. Ja, halbwegs legit, Mann. Da. Bin durch, wie der Boss, Mann. Oh. Schwarzer Teppich und Schere. Wir können jetzt Teppich abbauen. Oder, ne, Wolle abbauen und können dann Teppich platzieren. Kann abbauen Teppich. Okay. Die Idee. Ich hab mein Kloster und Breaker noch dabei. Oh, ich mach's da. Da ist was drin in der Kiste. Oh. Mit mehr Teppich. In Ernst? Ja, warte. Es gibt ja noch andere Kloster und Dinger, die du zerstören kannst. Let's go hoch da. Ey, da ist halt safe. Einfach jetzt direkt in den Hebel oder so, dass wir rein durchkommen, oder? Ja. Hebel. Ich hab's gewusst, Mann. Aber, ich muss sagen, die sind schon tricky, die Räume. Ja, auf jeden Fall. Heißt Grün ist noch schwieriger, oder was? Okay. Ich geh einfach mal hier durch. Oh. Hä? Hä? Falsch, oder was? Hä? Noll, okay. Hä? Die Tür hat sich jetzt geöffnet? Ich weiß nicht, wie? Ah, guck mal. Ich muss mal. Warte, ne, guck. Geht man nicht durch? Nein. Och. Bin ich durchgegangen? Da war ganz kurz ein Schild darüber. Eins. Ah. Da steht dann da, durch welche Tür man muss. Aber wir sind immer zufällig durch die richtige gegangen. Wir sind zufällig durch die richtige gegangen. Ja, korrekt, Mann. Gelbe Wolle. Neu, da oben ist sicher wieder was. Hä? Yellow First Column, Blue Last Slot. Oh. Warte, ich hatte drei Wolle. Ich hätte nicht Teppiche draus machen sollen. Ey, ich hätte mir halt echt kein Ding draus machen sollen. Ah, guck. Und ich mache Teppiche draus. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder? Okay, wir müssen das Signal wieder umkehren. Warte. Los-Ton-Brecher. Kiste. Hebel. Hebel, ja gut. Kann auf Goldblock platziert werden. Ja, dann komm, ruf runter. Was? 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 Was ist hier? Wir müssen uns durch die Wand durchgraben. Haben wir. Und jetzt wieder zurück. Hä? Warte. Wir haben's. Wir haben's. Ja, nice. Hoho. Okay. Okay, hier können wir gar nichts machen. Wir müssen den Steinblock jetzt mal. Den Steinblock müssen wir. Dann drücken wir das hier. Hä? Ja, genau. Digga, fick dich. Hey. Ja, wieder so schnell drücken, dass das bleibt, dass das stimmt. Zuerst aim. Guck. Ja, perfekt. Ja, easy. Oh, schon geschafft. Was? Juhu. Los zum Freaker. Lauf drücken. Da ist ein Knopf. Hä? Warte, das Signal wieder zurück machen. Stimmt. Ähm. Hier. Oh. Oh. Ah, guck, guck. Ja, warte, ich guck das. Geh rein, geh durch. Geh durch. Geh durch. Perfekt, guck. Oh. Perfekt. Oh, was gibt's hier? Red. Er handelt ein Schild gegen den Hebel. Wo kriegen wir jetzt ein Schild? Da oben ist eine Werkbank. Da oben ist ein Knopf. Ich hab Holz bekommen. Alles. Das. Ja, komm, guck. Wir hustlen da durch. Gib mir alles, was du hast. Ah, ich hab drei Hebel genommen. Nein. Kann platziert werden auf Steinsicht. Okay, die bringen uns dann nix mehr. Was ist hier schon wieder? Eine Truhe? Ah, wenn ich die aufmache, passiert was. Die Tür hat sich geöffnet. Oh. Oh. Hä? Oh. Darfst du das? Kann man da? Nee, das geht nicht. Oder vielleicht im Springen geht das? Ja, das geht. Oh, lol. Schieb mich durch die Tür. Ja, genau. Jetzt sollte es passen. Ja, nice. Ah, perfekt, Mann. Komm, du auch noch. Ich hab einfach den Knopf. Tür ist offen. Tür ist offen. Komm. Komm sie da hin. Patience. Ich hab das. Geduld. Ah, okay. Aber es kann nicht recht schwer sein. Lol. Ich bin durch. Ich hab keine Ahnung was wir gemacht haben. Hab das kaputt gemacht. Ah, warte dahinter ist was. Oh. Ah, warte. Wir werfen wieder Zeug drauf. Guck. Was passiert jetzt? Oh. Ich zieh durch. Okay. Wir hatten den Teppich von vorhin noch. Ja. Läuft bei uns. Gut, dass wir es nicht checken. Wahrscheinlich müsste man da ne Kuh mitnehmen. Items hinwerfen. Und jetzt beide draufsteigen. Ja. Wir haben aber keine Kuh mehr. Jetzt haben wir wieder gecheatet. Ja. Wir haben ein Glas bekommen. Gut. Gut. Ja, ich glaube wir haben es geschafft. Ja, war nice. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die haben sich bei den Rätseln wirklich was cooles einfallen lassen. Ja man. Ja man. Mega nice gemacht. Respekt auf jeden Fall. War schwieriger als wie sonst immer die Rätsel. Wir hoffen natürlich das ganze hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen. Benni. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschau. 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 Tschau.